Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am 7. März, dem Tag der nächsten EZB-Entscheidung. Aber man geht davon aus, dass die Europäische Notenbank hier heute Nachmittag nichts Spektakuläres vornimmt. Aber es kommt natürlich darauf an, was EZB-Chefin Lagarde so zu sagen hat. Am Nachmittag um 14.45 Uhr ist die Pressekonferenz um 14.15 Uhr, wie bekannt, die Entscheidung. Der DAX ist gestern eher lustlos unterwegs gewesen mit einer sehr, sehr engen Handelsspanne von 63 Zählern zwischen 17.682 und 17.745. Am Ende war es ein Mini-Plus von 18 Punkten. Der Dow und die US-Börsen haben gestern überwiegend im grünen Bereich geschlossen. Doch heute Morgen gab es Gewinnmitnahmen in Asien und das hatte sich auch bei uns etwas fortgesetzt, zumindest im vorbörslichen Handel. Wir werden es gleich sehen, ob sich das auch in Frankfurt fortsetzt, im Xedra-Handel, weil vorbörslich waren wir so im Bereich 17.650 Punkten. Auch das eher keine Überraschung, nachdem eben heute Nachmittag doch eine wichtige Notenbank-Sitzung ansteht. Und da ist etwas Defensive durchaus verständlich. Hier die Gewinner und Verlierer, Sumrise nach den Zahlen war der Ausblick ja sehr ordentlich und die Aktie dann 6,6% im Plus. Bei Zalando hat man sich offensichtlich gefreut, dass die Aktie im DAX verbleibt. BASF muss man konstatieren, in der letzten Zeit auf dem aufsteigenden Ast auch wieder 2,7%. Bayer nach dem Kapitalmarkt-Tag bei 26,60 oder 2,7% im Plus. Da werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen und auch Infineon Plus. DHL Group nach Zahlen und eher moderatem bis schwachem Ausblick bei 39,07. 6,3% im Minus, neues Verlaufstief, schaut nicht ganz so gut aus. Also Fresenius, Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg vom Vortag und auch bei Vonovia ging es nach unten, ähnlich wie bei Volkswagen und der Commerzbank. Der DAX lässt sich Zeit. Wir haben drei Quartalszahlen zu verarbeiten, deswegen vielleicht 17.650. Da haben wir es doch ein Minus von 66 Punkten, alles nicht dramatisch. Wie gesagt, 17.000, wenn wir nochmal sehen würden, wäre auch nicht so schlimm. Wir sehen es hier, hier haben wir jetzt mittlerweile schon eine sehr, sehr signifikante Unterstützung in dem Bereich. Der Aufwärtstrend, die 50-Tage-Linie, also der Aufwärtstrend verläuft ein bisschen höher, klar. Aber die wichtige 17.000-Punkte-Marke in Verbindung mit dem GD50 dürfte schon für richtig Unterstützung sorgen. Sollten wir nochmal nach unten ein bisschen abkippen, was angesichts der Überkauftheit am Markt durchaus verständlich ist. Außerdem, Sie sehen es, wir haben hier noch ein Gap zu eröffnen, zu schließen im Bereich 17.100 Zähler. Auch im Langfrist-Chart, beziehungsweise auf Schlusskursbasis ähnliches Bild. Sehr steiler Aufwärtstrend und damit durchaus mal Verschnaufpotenzial im DAX. Wobei die 18.000 natürlich ihre Anziehungskraft zur Geltung bringen wird in den nächsten Tagen, um dann vielleicht zu sehen, dass wir hier ein neues Allzeithoben haben. Kommen wir mal zu den Themen. Bayer, ich hatte es angesprochen, gestern gut unterwegs, heute wieder vorbörslich etwas schwächer. Es gab Spekulationen, dass Bayer eine Kapitalerhöhung durchführen wird. Und das hat aber Bill Anderson im Gespräch mit der Financial Times ausgeschlossen. Die Spekulationen seien unbegründet. Das wichtigste Argument, was dagegen spricht, sei die Verwässerung der Altaktionäre. Okay, man sei insgesamt genügend kapitalisiert, um die nächsten Herausforderungen zu meistern. Hoffen wir mal, dass dem so ist. Es gab heute auch noch ein Update der Deutschen Bank mit einer Kurszielsenkung auf 29 Euro. Man konnte das Prozessrisiko jetzt nicht weiter definieren, auch keine Lösungen parat haben. Und deswegen bleibt man an der Seitenlinie, so die Deutsche Bank. Und wir können uns dem Urteil nur anschließen. Der Abwärtstrend, wie gesagt, ist seit mittlerweile Jahren intakt. Und es gibt im Moment keinen Grund, hier eine Long-Position einzugehen. Dann haben wir Brenntagjahreszahlen. Sie sehen es, der Chemikalienhändler hat einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Nettogewinn ist von 887 auf 715 Millionen Euro gefallen. Die Dividende wird zum 13 Mal in Folge erhöht auf 2,10 Euro. Das ist jetzt kein Wert, wo man Hossianer schreit oder ausflippen muss. Und man sieht es auch vorbörslich. Die Aktie ist etwas schwächer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch die Textgrafik dazu haben. Genau. Also es ist immer noch trotz des Umsatz- und Gewinnbegangs das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Man will 2024 ein operatives Ergebnis zwischen 1,23 und 1,43 Milliarden Euro erzielen. Das ist okay. Wie gesagt, Dividenderhöhung auf 2,10 Euro. Das sind dann um die 2,4 Prozent Dividendrendite durchaus passabel. Aber wie gesagt, auch jetzt kein Wert, wo man erschrecken muss. Die Aktie kommt etwas zurück. Wir sehen hier das Ausbruchsniveau im Bereich 84. Da sind wir vorbörslich dran gewesen. Wir sehen, dass der Aufwärtstrend intakt ist, dass der GD50 weiterhin unterhalb des aktuellen Kurses verläuft. Also insgesamt durchaus positiv. Aber die Zahlen werden jetzt nicht ausreichen, die Aktie hier auf ein neues Jahreshoch zu hieven. Ich wäre da eher erst mal etwas zurückhaltender. Dann kommen wir zur Continental. Auch da gibt es Zahlen. Da ist auch die erste Reaktion schwächer. Durchwachsen, sagen die Händler, wären die Zahlen gewesen. Man hat den Umsatz gesteigert. EBIT und auch die Dividende wird deutlich erhöht. Das sind dann um die 3,1 Prozent Dividendenrendite mit 2,20 Euro. Das ist durchaus positiv. Aber auch der Ausblick war jetzt nicht so, dass man hier massiv investieren muss. Man sieht es mittlerweile oder bestimmt auch dann gleich am Chart. Aber vorher nochmal hier der Ausblick. Man erwartet einen Umsatz zwischen 41 und 44 Milliarden Euro. Das ist natürlich schon eine ordentliche Spanne. Und die Prognose des Marktes war bei 42,8 Milliarden. Und die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 6 und 7 Prozent liegen. Hier war die Erwartung 6,8 Prozent. Und in der sparte Autozulieferung, die ja durchaus krisenbehaftet ist, soll zwischen 3 und 4 Prozent liegen. Da war es ursprünglich so, dass man im Bereich knapp darunter einen Wert erwartet hat. Also es ist okay, was Continental da von sich gibt. Aber auch hier gilt das Gleiche wie für Brentag. Das wird nicht ausreichen, die Aktie jetzt hier in Richtung 80 Euro zu treiben. Es wird wahrscheinlich hier auf eine weitere, auf eine Fortsetzung dieser Seitwärtsbewegung hinauslaufen. Also auch hier gilt das Gleiche wie für Brentag eher eine Halteposition als ein Kauf. Dann die Deutsche Bank senkt die Boni für die Investmentbanker aufgrund der Deal-Flaute im vergangenen Jahr. Insgesamt soll der Bonuspool eben der Deutschen Bank um etwa 5 Prozent gesunken sein oder geschrumpft sein. Die Bank selbst lehnt eine Stellungnahme ab, weil das sind alles Aussagen von Insidern, die zitiert werden, aber nicht genannt werden wollen. Die Aktie selbst steht natürlich auch im Hinblick auf die EZB-Entscheidung heute Nachmittag möglicherweise im Fokus. Die letzte Zeit war immerhin positiv. Man hat sich hier marktkonform nach oben entwickelt, von etwa 11,50 auf zuletzt 12,50. Klar, dieser Widerstand im Bereich 12,90 ist die Hürde, die es zu überwinden gilt. Möglicherweise gibt ja die EZB hier den Anstoß. Nur es ist davon auszugehen, dass die Europäische Notenbank möglicherweise vor der US-Notenbank die Zinsen senkt. Und das würde eher gegen steigende Kurse sprechen, wenn gleich die Deutsche Bank ja viel mehr Geld in die Hand nehmen will, um das an die Aktionäre zurückzugeben in Form von Aktienrückkäufen, in Form von Dividenden. Also da soll es ja für 2024, also für das laufende Geschäftsjahr, einen Euro Dividende je Aktie geben, was beim aktuellen Kurs ja um die 8 Prozent Dividendenrendite wäre. Also durchaus spannend sicherlich für manchen Anleger, gerade die auf Dividenden aus sind. Und deswegen dürfte sich die Aktie auch, denke ich mal, oberhalb von 12 Euro halten. Ich sage mal, wenn wir hier auf ein neues Hoch ausbrechen, dann kann man auch prozyklisch mal investieren. Merk auch mit Jahreszahlen. Sie sehen es, auch hier ging der Umsatz zurück, gerade das Geschäft im Bereich Life Science ist schwach verlaufen. Da ging es auch um das Thema Covid-Umsätze, also die im Zusammenhang mit Covid stehen. Electronics war relativ gut, so die Meinung der Analysten. Das bereinigte EBIT ist gesunken, aber die Dividende hat man trotzdem gleichbehalten. 2,20 Euro, das ist natürlich auch hier jetzt kein wahnsinniger Wert. 1,4 Prozent Dividendenrendite, also ich kaufe die Aktie jetzt nicht wegen der Dividende. Sie hat sich aber in der letzten Zeit wie erwartet erholt, das hatten wir ja angesprochen, dass man durchaus dieses Gap schließen könnte. Und da fehlt noch ein Tick bis zum Gap Close und den wird man wahrscheinlich in der nächsten Zeit schon noch machen. Auch das Thema Marke von 160 Euro, 165 Euro ist zum Greifen nahe, aber auch hier ähnlich wie jetzt bei Conti oder Brenntag. Insgesamt ganz positiv, man will zu leichtem bis moderatem Wachstum für 2,24 zurückkehren. Auch das sind Aussagen, die sicherlich manchen Anleger erfreuen, aber letztendlich sind das eher Marktperformer bis Underperformer und deswegen schaue ich da lieber auf andere Aktien. Dann die Munich Re ist so eine. Also der Trend seit Corona ist wahnsinnig stark und wir haben uns ja mittlerweile fast verdreifacht von den Corona-Tiefs. Das muss man sich mal vorstellen für ein Schwergewicht wie die Munich Re. Jetzt gibt es die Meldung oder die Gerüchte, dass die italienische Generali zukaufen will. Also bis zur Hälfte der eigenen Marktkapitalisierung, die bei 35 Milliarden Euro liegt. Das heizt natürlich die Übernahme-Fantasie in der Branche an. Klar, Munich Re wird nicht übernommen, aber möglicherweise die Erstversicherungstochter Ergo soll auch mit auf der Liste stehen, die sich die Generali da zurechtgelegt hat. Außerdem NN in den Niederlanden, also als Übernahmekandidat, der da gehandelt wird. Die Aktie nach dem Schwächeanfall unter die 420 Euro Marke wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wir sind knapp dran am Rekordhoch und ich gehe mal davon aus, dass wir hier weiter steigende Kurse sehen. Jefferies hat angehoben auf 485 Euro. Das deckt sich mit unserem Ziel bis Jahresende bzw. erstes Quartal 2025. Also die Dividende, die Aktienrückkäufe, all das stützt natürlich, das Umfeld passt, hatte ich ja schon gestern auch gesagt. Unser Depotwert Munich Re ist weiterhin eine Aktie, die man im Depot einfach haben muss. Schauen wir mal auf die Kursbilanz. Wir sehen, dass Airbus unser Wert im Hebeldepot weiterhin sehr stark ist. Auch die Versicherer, wie gesagt, sind hoch im Kurs. Die Allianz wieder bei 255 Euro knapp. Brenntag 82, 66, also das ist so das Niveau im Vergleich zum Vortag. Conti 70, das ist nicht das Niveau vom Vortag. Also hier kommen die Zahlen dann doch nicht ganz so gut an bei den Anlegern. Die Deutsche Bank hält sich sehr stabil bei 12,60 Euro. Also da fehlt nicht mehr viel bis zum Ausbruch auf ein neues Jahreshoch. Wir sehen, dass die DHL weiter schwach ist mit 38,80 Euro. Daimler Truck kommt wieder, wie auch Traton. Da wurde erst das Kursziel für den Wettbewerber von Daimler Truck erhöht und die Daimler Truck, die zieht da einfach nach. Kommen wir zur zweiten Tafel. Genau, also die Versicherer haben Merck 159,20. Also wir nähern uns dem Gap Close. Die Munich Re 430,50 Euro. Also auch das sind Werte, mit denen wir absolut leben können. Und ansonsten schauen wir mal auf die Schwergewichte, um eine Indikation für den DAX zu bekommen. SAP 175, leicht am Steigen. Siemens hält sich sehr gut. Ja, und die Autobauer sind wieder etwas schwächer, wenn ich mir das so anschaue. Mercedes wieder bei 72. Volkswagen haben wir jetzt im Hebeldepot die Position verkauft. Da ist nach den Zahlen etwas die Fantasie raus. Ist natürlich auch für meinen Tipp, für meinen Jahrestipp nicht förderlich. Aber die Zahlen, ja, wir haben jetzt nicht überzeugen können. Und möglicherweise im Hinblick auf die Dividende und auf die Dividendensaison, dass die Aktie wieder anzieht. Also, da sehe ich schon noch Potenzial in der Aktie. Kommen wir noch zu den Terminen. Der DAX hält sich, ja, relativ stabil, 12 Punkte seit der Eröffnung, die wir da verloren haben. Die wichtigen Termine ist natürlich die Notenbank-Sitzung heute Nachmittag. Ansonsten noch die Anhörung von Paul vor dem US-Kongress. Die Runde 2, gestern hat er ja gesagt, dass die Notenbank nicht unter Druck steht, hier die Zinsen senken zu müssen. Also, das ist alles so, wie mehr oder weniger erwartet wurde. Gespannt sind wir auf die Entscheidung der EZB. Es wird davon ausgegangen, dass wir keine Zinssenkung sehen werden. Aber es kommt auf die Argumentation, auf die Wortwahl von Lagarde dann am Nachmittag um 14.45 Uhr an. 9.17 Uhr, ich denke, wir haben genügend geredet. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Morgen, 9 Uhr, nächster DAX-Check live. Bis dahin, machen Sie es gut. Bis dahin, machen Sie es gut.